Meine Damen und Herren, ich muss Sie bitten, die Rettungsweste unter Ihren... Er wird versuchen, entweder in der Wüste zu landen oder wir schaffen es bis Tempico. Guten Morgen, meine Damen und Herren. Die SAC und die Mannschaft freuen sich, Ihnen das Frühstück servieren zu dürfen. Ich glaube nicht an Fügung und Schicksal. Aber ohne diese Notlandung hätte ich vielleicht nie wieder von Hannah gehört. Hannah Landsberg. Sie kannten Sie? Ich wüsste heute noch nicht, dass ich Vater bin. Vielleicht würde es Habit noch leben. Ihr Ansichten sind unnötig. Nein, im Ernst. Drei, vier Tage mit einer Frau sind das absolute Maximum. Danach beginnt die allgemeine Häufigkeit. Ich bestreite nicht, es war mehr als ein Zufall. Es war eine ganze Kette von Zufällen. Das ist genau das, was ich jetzt auch brauche. Aber dennoch im Rahmen der Wahrscheinlichkeit. Wieso also Fügung? Elisabeth, passt nicht zu Ihnen. Wir sollten uns das Besseres für Sie einfallen lassen. Ich hatte ganz vergessen, dass jemand so jung sein kann. Ich finde, Sie sollten heiraten, Mr. Farber. Nein, ich meine es ernst. Nein, nein, ich habe das mal versucht. Aber das Ganze war ein schreckliches Missverständnis. Sie reden wie Mama. Unsere Reise durch Italien. Ich kann nur sagen, dass ich glücklich war. Weil auch das Mädchen glücklich war. Du liebst mich. Ich sehe es in deinen Augen. Warum willst du es nicht zulassen? Sam Shepard, Julie Deppi und Barbara Sukhova. Was hast du mit dem Kind gehabt? In dem neuen Film von Volker Schlündorf. Also, ich sehe es im Wasser. Ich sehe es in Chanel.